Ja, ich probiere es mal mit dem Mikro. Ein Mikro, das ich nicht in der Hand halte, macht mich nervös. Hast du dich vorgestellt, Jan? Nee, ne? Okay, also Jan ist der Beisitzer, oder ist einer der beiden Beisitzer hier im Bezirksverband Oberpfalz. Und er hat sich bereit erklärt, die Gäste zu begrüßen, weil ich gesagt habe, irgendeiner muss es machen, erst wollte ich es machen und wir haben uns dann auch geeinigt, dass er das tut. Hat er ganz gut hingekriegt, so für das erste Mal, genau. Also das mit Zukunft als Landesvorstand, ich drücke dir die Daumen. Zumindest ist er selbstbewusst. Okay, ich würde gerne noch ein paar Minuten reden, bis wir alle ein Glas Sekt haben, weil, nein, ich kann euch beruhigen, es bezahlt nicht der Landesvorstand und auch nicht der Landesverband, sondern, ich fürchte ja. Bitte? Ich verstehe kein Wort. Also wenn es ein GO-Antrag ist, du weißt Hände hoch, beide und dann aufstehen und laut und deutlich, ansonsten vergiss es. Okay. Ja, eigentlich hatte ich vor, eine schöne lange Brandrede zu halten, so, wer sind die Piraten, wo wollen wir hin, was müssen wir tun, um unsere Ziele zu erreichen und hatte mir auch angefangen, ein Manuskript auszuarbeiten, aber genau, ich habe dann im Wiki gesehen, da steht schon einer, da stehen schon zwei, drei, vier, die wollen alle lange Reden halten und dann habe ich mir gedacht, nee, das tue ich euch nicht dann. Aber, ich würde trotzdem gerne die Zeit überbrücken, die wir brauchen, bis ungefähr noch 40 Gläser Sekt vollgefüllt sind und, so wie das ausschaut, ja. Ja, ja. Ich kann singen. Schon gut, schon gut, schon gut. Und noch beschlossen. Ja, okay. Sind wir? Ja. Heide? Stimmt. Okay, also der Landesvorstand Bayern ist gut vertreten. Vom Bundesvorstand haben wir eine Nase da. Die Nase versteckt sich gerade. Dann haben wir Baden-Württemberg, einige Mitglieder des Landesvorstands da. Seid ihr beschlussfähig? Noch nicht? Bitte? Und dann seid ihr beschlussfähig. Landesverband Baden-Württemberg und Landesverband Bayern ist beschlussfähig. Walli kommt, da können wir was draus machen. Die Rappenpartei Süden. Okay, der Tess hat ergeben, wir kriegen eine Mehrheit. Ja. Ja. Okay, hey, ist richtig witzig, wenn man hier oben steht, kein festes Programm hat und so in erwartungsvolle Gesichter blickt und hofft, dass die jetzt irgendwie die paar Gläser noch bald. Auf der Seite fertig. Wir könnten den Schichten anstoßen. Hat noch jemand kein Glas? Wie? Darf ich? Okay, also hier fehlen noch drei Gläser. Eins, zwei, drei, okay. Halt. Und zwei da hinten. Drei. Hey, Piraten. Ja, immer zu spät. Also fehlt jetzt noch ein einziges Glas. Das kriegen wir auch noch hin. Ja. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Hier, hier, hier. Da, für die drei. Da, für die drei. Da, für die drei. Wollt ihr mit anstoßen? Also mit Piraten arbeiten hat was von Flöh hüten. So, hat jetzt jeder ein Glas Sekt? Sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, stoßen wir gemeinsam an auf ein erfolgreiches Piratenjahr 2011. Prost. 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 Untertitelung des ZDF, 2020